Ich hab nicht lachen müssen weil ich gesagt schau mal her und du hast das gekannt ignoriert. Jo hallo zu einem neuen Video und zwar ist es Samstag ich hatte Nachtdienst ich bin sehr müde aber es geht aufs Radl ich weiß leider noch nicht ganz wohin es hat ein bisschen geregnet anscheinend also entweder Lechwald oder Maut oder sowas ja schauen wir mal und jetzt wo ich schon so in die Kamera rede es würde mich sehr freuen wenn auch die Leute abonnieren würden die uns so beim Kanal vorbeischauen und die noch nicht abonniert haben wobei wenn nicht ist natürlich wurscht aber würde mich auf jeden fall freuen und jetzt schauen wir wo die Katze ist Katze tschüss tschüss spürt doch keine Zeit Ja wir haben schon kulinarisch hochwertigere Sachen gehabt als ein Avocado Brot mit Gurke aber man muss nehmen was man kriegen kann was sagst du? nein also nicht nur die Blätter sind gefallen auch die Würfel es geht in den Lechwald ich hoffe es ist nicht so nass aber ich glaub es schon schaut ganz gut aus let's go sing speed juhu tschüss jetzt 딱 Untertitelung. BR 2018 Und noch mehr gaisen. Man sieht es nicht im Video. Ja, da ist gerade einer bei deinem Sack. Jetzt ist jeder weg. Ich hoffe nicht, dass du suchen musst. Ein Sack? Ein zweiter beim Schienbein. Cool, dass alle die angehen. Weil die so stinkt. Ja, ich weiß nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nur Paranoia, weil mir ganz gerne... Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018